Die Natur funktioniert in unendlich vielen fein aufeinander abgestimmten Kreisläufen. Wir Menschen können viel von der Natur lernen, um unserer Verantwortung gegenüber zukünftiger Generationen gerecht zu werden. Um Ressourcen zu schonen. Wir können Stoffkreisläufe schaffen, das heißt, möglichst viele Rohstoffe wiederverwenden. Die Nachhaltigkeit ist für uns Landwirte wichtig, weil wir mit der Natur arbeiten. Der Landwirt ist eigentlich der beste Naturschützer, den es gibt. Dazu gehört auch das Recyceln von gebrauchten Agrarkunststoffen. Die freiwillige Initiative Erde unter dem Dach der Industrievereinigung Kunststoffverpackungen unterstützt durch die teilnehmenden Hersteller genau das. Sie hilft den Landwirten beim Recyceln. Denn Kunststoffe spielen in der modernen Landwirtschaft eine immer größere Rolle. Jährlich werden deutschlandweit mehrere zehntausend Tonnen Agrarkunststoffe wie Folien, Netze und Garne in den Verkehr gebracht. Kunststoffe mit unterschiedlichsten Eigenschaften für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete. Zum Beispiel zur Ernteverfrühung oder für die Konservierung von Futter. Erde ist eine freiwillige Initiative, die die beteiligten Hersteller finanziell unterstützen. So haben Landwirte und Lohnunternehmer die Möglichkeit, ihre gebrauchten Folien kostengünstig bei Sammelstellen deutschlandweit abzugeben. Das Prinzip ist ganz einfach. Nach Gebrauch werden die Folien, Netze und Garne gereinigt, zusammengelegt und zu Sammelstellen gebracht. Diese werden durch den Landhandel oder Maschinenringe betrieben. Die gesammelten Kunststoffe werden im Anschluss zu Entsorgungsbetrieben transportiert und dort zu Ballen verpresst, um danach bei Recyclern als Rohstoffe für neue Produkte eingesetzt zu werden. Das ist ein schöner Kreislauf, wird die alten Folien weggeben und die neuen Folien wieder beziehen. Und wenn es dann noch kostengünstig ist und Nachhaltigkeit ist, dann sind wir für den Service recht zufrieden. Und das funktioniert auch gut mit dem Handling und mit dem Management und die ganze Logistik ist einwandfrei. Moderne Landwirtschaft agiert nachhaltig. Die Recycling-Initiative Erde hilft den Landwirten dabei. Damit gebrauchte Folien Rohstoffe werden, damit unsere Natur erhalten bleibt.